Hallo ihr Lieben, hier bin ich aus dem Obama Resort in Teneriffa oder auf Teneriffa. Die Sonne scheint, es ist herrliches Wetter. Wir haben heute Morgen schon den Tag verbracht am Strand ganz kurz, sind gejoggt, gelaufen. Ihr seht hier im Hintergrund das Hotel, die Anlage und hier ist ein kleines Pool oder ein kleiner Pool. Strahlenblauer Himmel, Palmen, ganz tolle Leute hier. Wir haben schon super nette Gespräche geführt, alles mit Ölfans und auch welche, die es vielleicht noch werden wollen. Und jetzt gab es eben ein Hammerbuffet, alles von Young Living bezahlt und das könnt ihr und das kannst du auch erreichen. Du brauchst es nur tun, du brauchst nur die Öle teilen. Das ist so einfach, was zu tun, was aus dem Herzen kommt. Und vom Herzen gegeben wird. Yeah. Und tschüss, bis bald.